Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute sind wir eigentlich in unserem Geschäft, eigentlich auch nicht. Diese Folge hängt mit den anderen zusammen und ich hatte letztes mal das Gefühl, dass wir hier zu einem kleinen Boss kommen und ich glaube mein Gefühl mit enttäuscht wichtig. Oh, das habe ich auch letztes mal gesagt, wo wir hier waren. Ich wusste, dass er ein Poltergeist ist! Ich wusste, dass es ein Poltergeist ist! Hat gesagt, letztes Mal, wo wir hier in diesem Raum waren. Es ist noch nicht so weit, aber jetzt... Macht er ernst! Ja, er macht ernst! Kommt! Kommt! Also ist der Mann zum Poltergeist geworden. Hopp, komm schon Poltergeist! Hallo! Polter, Polter, Poltergeist! Ich tue einfach diese ganzen Sachen! Das sollte sie richtig wach machen! Aua! Das war spaßig, aber es gibt noch so viel zu tun! Wir sehen uns! Es war wieder nur ein Spiel! Er will wirklich einfach nur mit uns spielen! Ob die Frau davon weiß und der Hauself? Yes! Das ist übrigens fast eine Woche später bei mir. Deswegen bin ich auch gerade so gechillt und letztes Mal so ängstlich. Aber ich glaube, dass die eine Angst zurückkommen wird. Ein Friedensfall? Okay! Die Angst ist definitiv wieder angekommen! Vielleicht zeigt er uns wirklich sein ganzes Leben! Irgendwann hat ich das Gefühl, dass es so eine Lebensgeschichte ist, die er uns gerade hat probiert zu erklären. Wie das mit den Büchern, dass es vielleicht Hogwarts war. Oder einfach... Das hängt irgendwie alles zusammen! Und jetzt dieses Grab hier? Ja! Das ist sein Leben! Und ich sehe auf der Karte schon Gegner! Ah! Endlich! Sie ungemein kluge Seele haben diesen scheinbar unendlichen Kaka offenbar relativ unbeschadet durchquert. Und jetzt wollen sie sicher gehen. Alle verlassen mich, meist in einer Zwangsjacke und für immer. Aber langsam nehme ich es persönlich. Ich bin es leid, niemanden zum Spielen zu haben. Oh, ich weiß was. Wie wäre es hiermit? Wenn Sie mich in einem Geistesduell schlagen und mir unbeschränkten Zugang zum Laden gewähren, sagen wir, einen Tag im Monat, um etwas Spaß zu haben, signiere ich einen Vertrag. Worauf ich, ähm, mal sehen, bla 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 bla, oh ja, Sie und Ihre Kunden zu allen anderen Zeiten in Ruhe lassen werde und so weiter. Sie kriegen den Laden, ich mein Chaos. Klingt das annehmbar? Fantastisch. Dann kann es jetzt losgehen. Eigentlich? Eigentlich gar keine so dumme Idee, oder? Er wäre zufrieden und ich wäre zufrieden. Obwohl, wenn ich das so sehe... Aber da geht es aber. Geht das? Wirklich jetzt? Boah, was sagst du jetzt, hä? Was sagst du jetzt? Er baut ihn wieder auf. Hey, Kollege, hilf mir mal! Ah! Seit wann über... Na gut, es ist ja eigentlich kein Lebewesen, ne? Seid wann über... Ja, höre auf mich! Oh nein. So, mal kurz ruhig. Na, tut mir das weh. Awa! Will ich das nicht sagen, dass ich die Powerdrecher habe? Oh Gott sei Dank. Nein. 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 Bitte nicht. Oh ne. Sorry. Sorry. Oh, mir wird sowas von schwindelig. Mir wird bei so, wenn das auf dem Kopf steht. Boah, mir ist schwindelig. Scheiße. Boah, ich kann das nicht. Boah. Oh ne. Das geht gar nicht. Okay, 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 okay. Aber auch cool eingebaut. Es geht, es geht, es geht mit dem Schwindel. Es geht. Oh, mich dreht sich denn noch alles. Oh Gott sei Dank, danke, 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 danke. Danke. Ich bin so, 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 ich bin so sieh an endlich jemand der meines akribisch geplanten spielplatzes würdig ist schön endlich wieder etwas spaß in meinem kleinen verlies zu haben warum hat er den verlies das nennt sich eigentlich eigentlich fand ich das schon lustig außer dass man wirklich ein echt gott schwindel aber sonst ist es eine echte mission die ja eigentlich exklusiv für die ps5 war aber jetzt auch beim 5c geht soweit ich weiß es ist die mission die ich denke ich finde es klasse nichts geht über eine schöne herausforderung eine verwandte see was den vertrag angeht ich bin ein poltergeist der sein wort hält sagen sie mal was genau besagt diese vereinbarung eigentlich aufgepasst wenn sie dafür sorgen dass ich einen tag im monat richtig spaß habe dürfen sie den rest der zeit nahezu ungestört hier arbeiten klingt eigentlich nach einem guten bass ne ich meine er ihn gehörte eigentlich den laden und seine frau war scheinbar nicht dass ein poltergeist geworden ist aber ich meine muss kompromisse eingehen und das ist wichtigste dass jeder glücklich ist und hopp wenn er dann mal ein bisschen spaß haben möchte ich meine wir haben vor ein paar folgen sehen wie schnell man die sachen reparieren kann also das würde ich gerne wissen warum sollten sie so einen vertrag abschließen ich könnte zwar endlos über diesen ort reden aber noch besser sind die gesichter der kunden wenn ich ihnen mit einem schokofrosch eins überziehe man lernt das publikum erst richtig schätzen wenn man keines mehr hat ganz ehrlich das würde ich auch mal gern machen wenn echt das tut mir leid aber das wo muss jetzt sein na schön ich stimme zu allerdings mit einem kleinen zusatz schluss mit dem unbefriedigenden herumgepolter im kläglichen licht okay nach neun uhr sie wusste davon das sagt jetzt nicht der satz aber ja ich finde es fair ich finde es durchaus fair dass er keiner mehr im laden ja finde ich vorkommen okay du weißt nicht wie er das sehen ob ich jetzt gute 20 geworden ist bin aber ich feier es top verlassen wir das oder was sagt ihr ich finde es so ganz okay man kann ein bisschen rumspucken zweimal im monat wenn ich wenn die leute eh nicht da sind um 9 uhr na gut heutzutage weiß man nicht macht ja eh keinen sinn dass die laden so egal lassen wir so ein tipp ne aber ich finde es blöd dass die läden momentan ein bisschen zu lang so und ich denke zumindest in hox mit wird ab 9 schluss sein oder wenn dann spätestens um 10 dann da kann von mir ist auch noch eine stunde die leute ärgern aber hat sie hat ja auch gemeint gehabt damit die kundschaft nicht verärgert würde ich meinen das verstehe ich dann auch schon ne so penny ich habe mich unfassbar gern ich liebe euch haushelfen über alles aber das musst du mir erklären du hast gesagt es soll die tür öffnen hallo penny penny ist so froh dass sie zurück sind du wusstest genau wohin mich diese truhe führen würde penny dachte schon es würde noch eine weitere ladenbesitzerin in st mongo enden noch eine ladenbesitzerin st mongo das musst du mir erklären penny penny bitte hör auf die luft anzuhalten sag mir was los ist bitte vergeben sie penny penny darf ihnen nichts erzählen aber wie kann es sein dass du mir nichts sagen darfst ich habe diesen laden gekauft penny ist verwirrt penny dachte wenn sie zurückkehren würden sie den laden besitzen sie dachte es würde noch eine person ist dann ich habe den namen nicht verstanden geben noch eine und sie meinte ja natürlich das haben mehr leute getroffen aber was passiert mit den leuten die das alles doch nicht gerade so hinkriegen wie wir ganz ehrlich ich bin normalerweise freundlich und alles aber das möchte ich jetzt wirklich du hättest dich lügen dürfen sagen damit sie das dann auch weiß ich hab ich ja du hättest die wahrheit sagen und dich entsprechend bestrafen sollen ich muss jetzt jetzt ist das singe suchen penny tut es leid penny wollte ihnen alles verraten wirklich officer singer wird wissen was zu tun ist penny wird hier warten das mit selbst bestrafen das habe ich jetzt aber nicht sagen wollen ich wollte nur sagen hey du hättest sagen müssen was hier los ist und das besser gewesen wäre wenn du es gesagt hättest aber selbst bestrafen ich bitte dich das würde ich doch niemals im leben sagen was soll denn das jetzt wieder für mich ehrlich da verstehe ich kein spaß jetzt ich würde nur sagen dass sie uns hätte gleich die wahrheit sagen sollen und nicht sagen öffne mal die truhe und plötzlich sind wir halb tot dass ich sauer bin dass wir halt gestorben wären wegen foltergeist ist auch klar aber ich will nur kurz klar machen ich habe nicht gewusst dass so dass sie so etwas wieder sagt wirklich nicht naja bis dahin und tschau leute von heute dass dieses spiel sich wieder es rückt mich auf